Eine 80-jährige verwitwete Rentnerin, die über 1.000 Euro Steuern zahlt und eine 63-jährige verwitwete EM-Rentnerin zahlt fast 2.000 Euro Steuern. Ist das wirklich die Belohnung für jahrelange harte Arbeit und des Sparens? Fast 7 Millionen Rentner sind inzwischen steuerpflichtig. Gehören sie auch zu denen, die zur Kasse gebeten werden? Denn in diesem Jahr allein nimmt sich der Staat rund 58,6 Milliarden Euro Steuern nur von Rentnern. Wann genau müssen Rentner eine Steuererklärung abgeben und wann Steuern zahlen? Ich bin Jutta Martin, Rentnerin und bringe hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen ja hauptsächlich für Rentner verständlich näher. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an und sichern Sie sich schon mal einen kostenlosen Report unter diesem Video. Früher konnten Sie Ihren Ruhestand steuerfrei genießen, doch das ist vorbei. Jedes Jahr müssen Rentner einen höheren Teil ihres Einkommens versteuern. Dafür ist die Vorsorge von Abgaben befreit. Das betrifft aber die jetzigen Arbeitnehmer, die diesen Steuervorteil nutzen können. Man nennt das auch nachgelagerte Besteuerung. Kernelement der Neuregelung ist der Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten Besteuerung der gesetzlichen Renten bis zum Jahr 2040. Demnach werden die Aufwendungen zur Alterssicherung in der Ansparphase schrittweise steuerfrei gestellt und erst die Leistungen in der Auszahlungsphase steuerlich belastet. Warum wird aber eigentlich jetzt die Rente besteuert? Bis 2004 war nur der Ertragsanteil der Rente einkommenssteuerpflichtig. Das waren je nach Alter 27 bis 35 Prozent der Zahlungen und der Rest war steuerfrei. Sozialabgaben wurden keine fällig. Doch dann entschied 2002 das Bundesverfassungsgericht, dass dies nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Die Richter störten sich daran, dass normale Arbeitnehmer durch den Arbeitgeberbeitrag einen steuerfreien Anteil an ihrer Altersvorsorge bekamen, während Beamte in ihren Pensionen keinen steuerfreien Anteil besaßen. Um beide Seiten gleichzustellen, beschloss die Bundesregierung auf Empfehlung einer Expertenkommission unter Vorsitz des damaligen Wirtschaftsweisen Bert Rürup eine Reform. Künftig sollen die Renten und Pensionen voll besteuert werden. Dafür sind sämtliche Vorsorgebeiträge steuerfrei. Im Jahr 2005 beschloss die damalige rot-grüne Bundesregierung, Renten vollständig zu besteuern. Bis das vollständig gilt, wird noch einige Zeit vergehen. Erst Rentner, die 2040 in den Ruhestand eintreten, werden ihre volle Rente versteuern müssen. Ein Teil der Rente gehört zum steuerpflichtigen Einkommen. Es gibt einen sogenannten Rentenfreibetrag, der individuell berechnet wird. Ob letztendlich eine Steuer fällig wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann nur vom Finanzamt geprüft werden. Zur groben Orientierung, also wirklich nur groben Orientierung, kann man kostenlose Rentensteuerrechner im Internet nutzen. Darüber habe ich auch schon mehrmals berichtet. Stelle Ihnen aber unter diesem Video einen Link zu einem Rentensteuerrechner nochmals zur Verfügung. Neben der Rente zählen auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und Zinsen zu den steuerpflichtigen Einnahmen. Mit welchem Prozentsatz die Rente besteuert wird, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Da die Einkommenssteuer nicht automatisch von der Rente abgezogen wird, müssen Rentner hier von sich aus tätig werden. Die Renten werden jährlich an die zentrale Zulagenstelle gemeldet, egal ob gesetzliche, betriebliche oder private Renten, inklusive der gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und auch die gezahlten Zuschüsse zur Krankenversicherung. Es lohnt sich nicht, hier zu schummeln und zu hoffen, dass man verschont bleibt. Es wird keiner vergessen, glauben Sie mir. Fordern Sie sich am besten die Information über die Meldung an die Finanzverwaltung an. Darin finden Sie den Rentenbeginn, den Rentenbetrag für das gesamte Jahr, den Rentenanpassungsbetrag, geleistete Beiträge zur Krankenversicherung, geleistete Beiträge zur Pflegeversicherung und sollten Sie privat oder freiwillig gesetzlich krankenversichert sein, dann steht anstelle der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Beitragszuschuss zur Krankenversicherung. In allen Rentenbescheiden steht, dass Sie in jedem Fall prüfen sollen, ob Sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Jetzt mal kurz in eigener Sache. Liebe Zuschauer, für die nächsten Wochen verabschiede ich mich von Ihnen. Ich mache Urlaub und brauche auch mal eine Pause von den vielen negativen Kommentaren, die mir bei meiner Aufklärungsarbeit nicht gut tun. Die Zeit, die ich in aufwändige Recherche investiere, um Ihnen Zeit zu sparen, wird von vielen nicht gewürdigt. Ich bedanke mich aber bei allen Zuschauern, die mir Respekt und Wertschätzung entgegenbringen. Dafür sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. Die Miesmacher, Besserwisser und Nörgler haben jetzt Zeit, sich einen anderen Kanal zur Hetzerei zu suchen. Zu diesen Zuschauern sage ich ein ehrliches Auf-nimmer-Wiedersehen. Allen anderen wünsche ich eine wunderschöne und friedvolle Zeit. Jetzt zeige ich Ihnen anhand der eingangs erwähnten Beispiele, wie es zu Steuernachzahlungen kommen kann. Eine 80-jährige Rentnerin ist verwitwet und bekommt Altersrente, Witwenrente und eine kleine Betriebsrente. Mit einem Renteneintritt im Jahr 2007 beträgt der steuerpflichtige Anteil der Jahresbruttorente 54%. Die seit Rentenbeginn erhaltenen Rentenanpassungen sind zu 100% steuerpflichtig. Im Jahr 2010 verstarb der Mann, der eine vorhergehende Rente seit 2002 bezog. Der Renteneintritt des verstorbenen Mannes im Jahr 2002 wird steuerlich bei der Witwenrente berücksichtigt. Durch die Rentenanpassungen muss diese Rentnerin für das Jahr 2023 inzwischen 1064 Euro Steuern zahlen. Eine 1960 geborene EM-Rentnerin bekommt seit Anfang 2015 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ende 2015 verstarb der Ehemann. Seitdem erhält sie neben der Erwerbsminderungsrente noch eine große Witwenrente und eine kleine Betriebsrente ihres verstorbenen Mannes. Diese Rentnerin zahlt inzwischen fast 2000 Euro Steuern für das Jahr 2023. Das sind nur zwei Beispiele von Rentnerinnen, die in ihrem Berufsleben ganz normale Arbeitnehmer waren. Eine als Verkäuferin und eine als Erzieherin. Durch den Bezug der Witwenrente sind sie aber beide steuerpflichtig. Bitte prüfen sie ihren persönlichen Fall, damit sie eines Tages nicht unerwartet vom Finanzamt angeschrieben und kräftig zur Kasse gebeten werden. Die Steuerpflicht für Rentner wird in Zukunft nicht mehr verschwinden. Die Ampelregierung plant aber, sie zu verlangsamen. Der im Dezember vom Bundestag beschlossene Entwurf für das Wachstumschancengesetz sieht vor, den zu versteuernden Anteil der Rente nicht mehr um 1% pro Jahr, sondern nur um 0,5% zu steigern. Die Vollbesteuerung wurde dann erst ab dem Jahr 2058 greifen. Allerdings ist das Gesetz noch nicht final beschlossen. Bund und Länder streiten derzeit noch um andere Punkte des Gesetzes, bevor es im Bundesrat beschlossen werden kann. Aufgrund der Haushaltskrise kann ich mir gut vorstellen, dass es dazu nicht kommen wird. Eine Riester-Rente oder Betriebsrente haben kein Privileg und sind in voller Höhe steuerpflichtig. Bei privaten Renten- und Lebensversicherungen ist nur der Ertragsanteil steuerpflichtig, der vom Alter abhängig ist. Mit 65 Jahren liegt er bei etwa 18% und sinkt mit zunehmendem Alter. Ab 97 Jahren ist nur noch 1% Auszahlungen von privaten Renten und Lebensversicherungen zu versteuern. Aber wer wartet schon bis zum 97. Lebensjahr, damit nur noch 1% steuerpflichtig ist? Einnahmen aus einem Aktiendepot sind ebenfalls nicht privilegiert und damit komplett steuerpflichtig. Allerdings fallen sie nicht unter die Einkommenssteuer. Kapitaleinkünfte werden mit der pauschalen Abgeltungssteuer von 25% plus Solidaritätsbeitrag auf die Abgeltungssteuer belegt. Insgesamt ergibt sich so eine Steuerlast von 26,25% ohne Kirchensteuer. Die Steuerpflicht gilt für Zinseinnahmen, Dividenden und beim Verkauf von Aktien. Aber sie gilt nur auf den Gewinn, die sie mit dem Wertpapier gemacht haben. Einnahmen aus Vermietung sind ebenfalls steuerpflichtig. Sämtliche sonstige Einnahmen, die sie haben, sei es aus Unternehmen, durch Vermietung und Verpachtung oder ähnlichen, zählen in vollem Umfang zu ihrem Einkommen und sind entsprechend auch in voller Höhe steuerpflichtig. Hier lohnt es sich allerdings, die verschiedenen Absetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Und wie sieht es aus, wenn sie sich noch mit Arbeit etwas dazu verdienen? Sollten sie mit einem Nebenjob im Alter 538 Euro im Monat verdienen, zählt das als Minijob und wird entsprechend gering mit Pauschalen 2% Lohnsteuer belegt, die der Arbeitgeber bezahlt. Auf diese Weise können Rentner im Jahr also netto 6.456 Euro hinzuverdienen. Jeder Job mit höherem Einkommen ist auch für Rentner einkommenssteuerpflichtig. Wie viel Steuern sie als Rentner letztendlich bezahlen müssen, kann nicht pauschal gesagt werden und ist wirklich individuell. Sie haben als Rentner aber verschiedene Freibeträge. Ihnen steht, wie jedem Steuerpflichtigen, erstmal der steuerliche Grundfreibetrag in Höhe von 11.604 Euro zu. Dann haben sie einen Rentenfreibetrag, der bei jedem anders ist. Für Kapitalerträge steht jedem ein Sparerfreibetrag zu. Der Sparerfreibetrag ist ein Betrag, bis zu dem Kapitalerträge steuerfrei bleiben. Dieser Freibetrag hat für Ledige eine Höhe von 1.000 Euro und für Verheiratete 2.000 Euro pro Jahr. Kapitalerträge, die diesen Betrag nicht überschreiten, müssen nicht in der Einkommenssteuererklärung angegeben werden. Für Rentner gibt es eine Werbungskostenpauschale von 102 Euro. Ein Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro steht jedem Steuerpflichtigen zu, also auch den Rentnern. Dann gibt es noch einen Altersentlastungsbetrag. Ein Altersentlastungsbetrag ist ein Steuerfreibetrag, der einem Steuerpflichtigen gewährt wird, wenn er vor dem Beginn des Kalenderjahres für das das zu versteuernde Einkommen ermittelt wird, das 64. Lebensjahr vollendet hat. Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 20 hat, bekommt außerdem noch einen Behindertenpauschbetrag. Dieser ist kein Privileg für Rentner, sondern steht jedem Steuerpflichtigen zu, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Der Behindertenpauschbetrag wird nicht ausgezahlt, sondern verringert das zu versteuernde Einkommen. Er hilft Ihnen also, Steuern zu sparen. Deshalb sollten Sie sich nicht scheuen, einen Antrag beim Versorgungsamt zu stellen, wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen und Ihren Arzt aufsuchen. Was viele nicht wissen, Rentner haben eine Bringschuld. Sie müssen also selbst prüfen, ob Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Das bedeutet, dass hier immer Rechnen angesagt ist, wenn es um die Abgabepflicht geht. Wenn Sie zwar verpflichtet sind, eine Erklärung abzugeben, dann heißt das aber lange noch nicht, dass Sie auch Steuern zahlen müssen. Das hängt von Ihren abzugsfähigen Ausgaben und anderen Faktoren ab. Bleiben Sie entspannt, aber kümmern Sie sich. Dennoch ist es für viele nicht zu verstehen, dass Rentner Steuern zahlen müssen und das nicht zu wenig. Millionen Ruheständler beziehen nicht nur Geld aus der gesetzlichen Rente, sie zahlen auch kräftig an Sozialkassen und an den Staat. Die Summe der Steuern und Sozialabgaben für Rentner ist nach Daten der Bundesregierung deutlich gestiegen und erreicht in diesem Jahr, also 2024, voraussichtlich gut 124 Milliarden Euro. Das sind Schätzungen des Finanzministeriums auf Grundlage der Daten vergangener Jahre. Davon sind 58,6 Milliarden Euro geschätzte Steuereinnahmen, 54,3 Milliarden Beiträge zur Krankenversicherung und 11,5 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung. Es ist wirklich unfassbar, wie die Rentner in diesem Land inzwischen knallhart abgezockt werden. Der Staat greift älteren Menschen immer tiefer in die ohnehin schon schmale Geldbörse. Die Steuern und Abgaben für Rentner sind inzwischen höher als der gesamte Bundeszuschuss zur Rente. Gerne gibt unser Staat für die unterschiedlichsten Zwecke Geld aus und verschenkt unsere Steuergelder. Für alle ist Geld da. Nur eine Gruppe wird immer wieder vergessen, die Rentner. Es gilt, die Lebensleistung der Rentner wertzuschätzen. Altersarmut darf in unserer Gesellschaft kein Thema mehr sein. Deshalb wurde die Partei der Rentner gegründet. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme, Ihrem Engagement und Ihrem Mut.